ARD Text im Auftrag von Funk Und hier öffnen wir hier mal ganz viele Trotten, oh nice! Ich denke, das Beste wäre, wenn wir jetzt sofort so ein Legend, das ist ein Arena Vierer-Account, mit dem habe ich lange nicht mehr gespielt. Hier, verbessern wir mal hier eine Karte. Ich glaube, das Spiel werden wir, glaube ich, mal länger spielen heute mal. Hier, verbessern wir mal Ballon. Kann ich auch das? Nein, zu teuer. Zu teuer, Leute! Zu teuer! Und im letzten Video habe ich euch gesagt, dass ich die Musik einblende. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich heute, dieses Intro, das ihr jetzt gesehen habt, da kam neue Musik. Darum, das wollte ich mal. Und schreibt mir mal, schreibt mir in die Kommentare, ob ich diese Musik weitermachen soll in mein Intro oder die alte. Schreibt es in meine Kommentare. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, Kommentare in mein Video zu schreiben. Und ich werde im nächsten Video, vielleicht auf meinem neuen Kanal erzählen. Ja, also, FAQ-Video machen. Ich habe einen neuen Kanal, der heißt Rami Lifestyle. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, bitte abchecken. Ein fresher Kanal ist das, der Baba-Kanal. Bitte dort abonnieren. Ich glaube nicht, dass ich ein längeres Video mache oder so. Also, ja. Ja, das läuft auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde jetzt öfters mit dem Account spielen. Darum, weil ich einfach nur Lust habe oder so. Ich finde den Account viel besser als die anderen. Darum entscheide ich mich jetzt, glaube ich, öfters mit dem Account zu spielen. Wir wollen ja auch noch mit dem Account an eine neue Arena haben, ne, Leute? Na? Stress, Leute? Ich glaube, wir versuchen heute mal noch eine Kronentrohe zu öffnen. Und dann das Video zu pausieren. Äh? So, Leute. Ciao. Das ist vorbei mit dem Video. Das wird ein kleines Video gewesen. Tja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Und püß!